32 Millionen. Ich wollte mir von dir was leihen. Meine Frau braucht diese Operation. Du bist mein Bruder, ich lieb dich. Hab ich dich je irgendwo reingezogen und hängen lassen? Stopp! Was wollen Sie? Den nur kurz ausleihen. Weiß deine Frau, dass du Banken ausraufst? Ich bring dich wieder nach Hause, kleiner Bruder. Ich bring alle wieder nach Hause. Ambulance im Kino.